Herzlich willkommen zu einem neuen Review von Top Trends. In diesem Video möchten wir dir den HopVision Beamer, einen Full HD Mini Beamer vorstellen, der nicht nur durch seine kompakte Größe, sondern auch durch seine beeindruckende Leistung überzeugt. Ob für Heimkinoabende, Outdoor-Events oder Gaming-Sessions, dieser Beamer verspricht ein herausragendes Erlebnis. Bleib dran und erfahre alles über die Funktionen, die Bildqualität, die Benutzerfreundlichkeit und die Kompatibilität dieses vielseitigen Projektors. Der HopVision Mini Beamer besticht durch sein kompaktes Design. Mit Abmessungen von 24 cm Länge, 9,6 cm Breite und 21 cm Höhe passt er problemlos in jede Tasche und ist somit ideal für unterwegs. Das minimalistische Gehäuse in weiß und grau wirkt modern und fügt sich nahtlos in jedes Wohnambiente ein. Mit einer Helligkeit von 9500 Lumen bietet der HopVision Beamer eine beeindruckende Lichtstärke, die auch in nicht vollständig abgedunkelten Räumen für klare und helle Bilder sorgt. Die native Auflösung von 1080p Full HD und die Unterstützung für 4K-Dekodierung sorgen für gestochen scharfe und detailreiche Bilder. Das Kontrastverhältnis von 10.000 zu 1 sorgt zudem für tiefe Schwarzwerte und lebendige Farben, die das Heimkinoerlebnis auf ein neues Level heben. Ein Highlight dieses Beamers ist die Projektionsgröße von bis zu 200 Zoll. Du kannst das Bild je nach Bedarf zwischen 40 und 200 Zoll einstellen und damit eine Bildschirmdiagonale erreichen, die jedes Heimkino in den Schatten stellt. Die Projektionsentfernung variiert dabei zwischen 1,5 und 6 Metern, was eine flexible Platzierung des Beamers ermöglicht. Egal, ob du einen gemütlichen Filmabend im Wohnzimmer planst oder ein Outdoor-Kino im Garten, der HopVision Beamer bietet dir immer das optimale Bild. Der HopVision Beamer ist nicht nur ein visuelles Highlight, sondern überzeugt auch akustisch. Mit der Bluetooth 5.1-Technologie kannst du den Beamer kabellos mit externen Lautsprechern verbinden und somit ein immersives Klangerlebnis schaffen. Die eingebauten HiFi-Lautsprecher liefern bereits einen soliden Sound, der für die meisten Anwendungen ausreichend ist. Doch wenn du mehr Bass und eine höhere Lautstärke benötigst, ist die Bluetooth-Verbindung zu externen Lautsprechern eine praktische Lösung. Durch die integrierte 25% Zoom-Funktion kannst du das Bild ohne physische Bewegung des Beamers vergrößern oder verkleinern. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn der Beamer fest installiert ist und du die Bildgröße flexibel anpassen möchtest. Auch die Bedienung des Beamers ist äußerst benutzerfreundlich. Die einfache Menüführung und die mitgelieferte Fernbedienung erleichtern die Steuerung und Einstellung des Geräts. Du kannst den Beamer sowohl auf einen Tisch stellen als auch auf einem Projektorstativ montieren, was dir viele Möglichkeiten der Installation bietet. Der HopVision Beamer punktet auch in Sachen Anschlussvielfalt. Mit HDMI, USB, AV und einem 3,5 mm Kopfhöreranschluss ist der Beamer mit nahezu allen Geräten kompatibel. Egal ob du deinen Fire TV Stick, Roku, einen DVD-Player, einen Laptop, Computer, ein Smartphone, iPad oder eine PS5 anschließen möchtest, dieser Beamer macht es möglich. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem idealen Begleiter für unterschiedlichste Einsatzszenarien, sei es im Innen- oder Außenbereich. Ein Blick auf verschiedene Erfahrungsberichte zeigt, dass der HopVision Beamer in vielen Bereichen überzeugt. Nutzer loben vor allem die hervorragende Bildqualität und die einfache Handhabung. Auch die Helligkeit wird häufig positiv erwähnt, da sie selbst bei Tageslicht eine gute Sichtbarkeit ermöglicht. Einige Nutzer bemängeln jedoch, dass die eingebauten Lautsprecher nicht ausreichend bassstark sind und empfehlen daher die Nutzung externer Lautsprecher für ein besseres Klangerlebnis. Insgesamt schneiden die Bewertungen jedoch sehr gut ab, was den positiven Gesamteindruck des Beamers bestätigt. Die Installation des HopVision Beamers ist denkbar einfach. Du kannst ihn entweder direkt auf einen Tisch stellen oder mit einem Projektor-Stativ aufstellen. Die flexiblen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Verbindung mit deinen Geräten. Einmal angeschlossen, kannst du über das intuitive Menü alle wichtigen Einstellungen vornehmen und das Bild optimal an deine Bedürfnisse anpassen. Die Zoom-Funktion und die Keystone-Korrektur helfen dir dabei, das Bild perfekt auszurichten und Verzerrungen zu vermeiden. Egal ob drinnen oder draußen, der HopVision Beamer macht überall eine gute Figur. Im Heimkino liefert er beeindruckende Bilder, die jedem Filmabend das gewisse Etwas verleihen. Im Garten kannst du mit Freunden und Familie unvergessliche Kinoabende unter freiem Himmel genießen. Dank der hohen Helligkeit und der guten Konnektivität sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, den Beamer über eine Powerbank zu betreiben, was ihn besonders flexibel macht. Der HopVision Beamer ist ein vielseitiger und leistungsstarker Mini-Beamer, der sowohl durch seine kompakte Größe als auch durch seine beeindruckende Leistung überzeugt. Die hohe Helligkeit, die native 1080p-Auflösung und die Unterstützung für 4K-Dekodierung sorgen für ein herausragendes Bilderlebnis. Die flexible Projektionsgröße und die einfache Handhabung machen ihn zu einem idealen Begleiter für Heimkinoabende, Outdoor-Events und Gaming-Sessions. Auch die Anschlussvielfalt und die Möglichkeit zur Bluetooth-Verbindung tragen zur Vielseitigkeit dieses Beamers bei. Zwar sind die eingebauten Lautsprecher nicht die stärksten, doch die Möglichkeit, externe Lautsprecher zu verbinden, gleicht diesen kleinen Nachteil aus. Insgesamt ist der HopVision Beamer eine hervorragende Wahl für alle, die ein hochwertiges und flexibles Projektionserlebnis suchen. Bei Amazon erreicht der HopVision Beamer eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 3.200 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 93 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Coupon sparst du zusätzlich 5 Euro. Das war's mit unserem Video über den HopVision Beamer. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten so gleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung, den HopVision Beamer zu kaufen, helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Beamer von HopVision haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal.